Huhu! Hallo! Was geht? Das war die übliche Ziusa Ansage Was geht? Oh man ey Ziusa 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 Was ist denn? Oh da fliegt eine Bombe Alter 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 was mit den Bomben Was für Bomben? Na? Wolltest du mir weiterverfolgen? Ne ich will nichts mehr von dir Du bist böse Seid ihr denn hinten? Seid ihr irgendwie unten? Bomben am L.V. Souvenium Oh ich bin am verhungern Dann friss was Hast du was? Soll ich dir was geben? Wir haben auch so ne Farben Du bist ja schon ne? Und ne Farben Und wir haben ganz viel Getreide und Maiskolben und sowas Kann ich das schon ins Farben hier? Ah den Maiskolben schon wollen Aus Romfleisch und aus Brot könnte ich übrigens Hamburger machen Die geben Man wird da glaube ich instant voll und das hielt sogar noch ein bisschen Wo kriegt der Brot her? Habt ihr gewusst wenn ihr Maiskolben ins Lagerfeuer schmeißt Und dann auf Cook drückt, dass ihr dann Popcorn bekommt? Das ist ja nice Mach ich jetzt ne? Kauf ich den nicht ab? Glaub ich den nicht du Ne geht nicht, ach ne ich hab den Ofen geschmissen Soviel dazu Bist du ein Noob ey Alter ich suche hier gerade die Ach hier Ja du erzählst mir ja scheiße man Ja ich hab dich verarscht man Alter Ich pflanze mal paar Bäumchen Ich hab den grünen Daumen drauf Achso wollen wir nochmal hin zu dem Camp ganz links Ja wartet die noch kurz auf mich Ich pflanze sie noch kurz zu Ende und dann Ganz bloß gehen von mir aus Ich pflanze auch noch ein paar Bäumchen Schau mal ich hab grad Scheiße gebaut Und wie? Da hört man den Hund Wie heißt der eigentlich? Wie heißt der eigentlich? Äh Lilo Das ist eine Dame Lilo Das ist die kleine Lilo Das ist die kleine Lilo Ja ich geh mal ganz kurz zu der Ich weiß nicht was die will Momentchen Frag sie mal Willst du denn jetzt Köter? Nein Ich mag Hunde Gib mir Pedigree Ich mag Döner Was glaubst du was ich gleich esse? Hot Dogs Hot Dogs sind aber auch nice Nein ich esse Döner Überleg ob ich mir einen Döner Oder vielleicht sogar zwei hole Ich weiß noch nicht Döner ist ja das Lieblingsgericht hier Von jedem aus der Gruppe anscheinend So ziemlich Ist ja verständlich Kann ich vollkommen nachvollziehen Ja Döner ist mega geil Hallo? Ich verstehe die Frage gar nicht Also Naja Lieblingsgericht eigentlich nicht Ich hab's aber auch irgendwie Bock auf ein Dann kannst du aber raus hier Okay Ja Ich bin weg Tschüss Uhu Wieder da Hallo 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 Habe ich Döner mit dir gebracht? Ich hab'n Döner dabei ja Und Samen Ich hab'n paar Bananen Bananen Bananas In Samas Gas gemacht Hat jemand von euch noch Hat jemand von euch noch Dings hier? Nein Bandagen essen Genau Ich hab noch Leute Oh Scheiße jetzt hab'n alle gegeben Oh fuck Ich hab nur 20 Warte Seid ihr oben? Warte Ach da seid ihr Okay So warte Irgendwo in der VR Du weiss nicht mehr wo Geht da weg Immer noch Nein nicht Oh Oh hier kriegen Bandagen durch die Gegend Das kommt doch Guck mal Ah nein nein Ah Haha Haha Was ist denn hier los? Werden je die Buddeln Du Das sieht schön aus ne? Voll Symmetrisch Irgendwie Und so Und eben Und senkrecht Und waagerecht Und horizontal Und vertikal Da wird meine Zwangsstörung ja komplett befriedigt bei so'n Löchern Das klingt komisch Das klingt komisch Das klingt jetzt sehr komisch Ja Ich wollte es gerade sagen Ach Gott ey Also gibt's auch spezielle Löcher bei denen du Angstzustände bekommst? Mh Eigentlich nicht so Also ganz ganz tiefe dunkle große Löcher Ich hab deine Antenne jetzt können wir Sky empfangen Was? Was ist das denn hier? Jetzt haben wir Sky alles klar Sky? Sky? Hi 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 ist der Sky Space Taxi To Sky Oh felsch auf Alter jetzt wird's aber echt Was? Sexy oder nicht? Scheiße Ich schwitze schon hier Du schwitzt? Oh ja Das ist zu warm für ihn Himmelmäßig Seid ihr denn kinder ist? Ach da Einfach immer links Immer links Okay Können wir mal Entgegen dem Führer Uah Springe Ah Die haben wir schon leer geräumt Ah hier ist ja überall Gift Uah Aufpassen Uah Man verschießt Da schießen welche von rechts Ja ich ich seh's gerade Da sind auch Gegner Lol Nein ich bin vergiftet Scheiße Ausgerechnet der spring natürlich leer da rein Oh Ich bin Nein Ich bin tot Zerberstet ich hab's gesehen Lol Wie kannst du jetzt hier schon sterben? Alter ich hab ja gerade die noch Verbände hier eben und so Was ist denn los mit dir? Alles umsonst liebe Freunde Hat sie wieder anscheinend alle auf einmal gegessen Ich komm nach Da ist meine Bombe jetzt drin Ich hab gar keine Oh wir haben etwas entdeckt Hier gibt's wahrscheinlich viele Pizzle Boah Das Ding haben wir schon auseinander Ach ja stimmt Oh der Throne hat den abgebaut ja Da hab ich schon alles getötet was nicht Ja du Peller Bist ein eiskalter Mörder he Verdammt Falschaden Komm nach Aber das Bett hast du nicht mitgenommen Ha 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 Ne das hab ich euch lassen Danke 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 Meine Sprache setzt schon aus heute Nö Nö Wie sagst du Ena? Ja Ja Aber erst jetzt setzt sie aus Neu Ne das machst du hier oben oder was? Ist nix alter nix Jetzt mal runterspringen Ja wir haben alles Letztes Mal springen Letztes Mal springen Okay Haben wir den Gangschuh nicht schon mal gemacht irgendwie? Wohl Katze Ne lieber nicht Wuhu Oh Ich muss doch gleich übertreiben Moment ich muss mich ein bisschen versorgen Ich hab's überlebt Gott sei dank Erstmal fünf Bandagen auf einmal fressen Ah erstmal fünf Bandagen auf einmal fressen Die Mucke ist so schlimm Vor allem wenn man schon müde ist Kohle 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 Warte warte ich fang den auf Ich fang die Ich fang die auf Warte 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 Ja ja mach du mal mach du mal Bäm Junge mit dem Vogel Den Vogel haben wir geschossen durch Ida scheiß auf mich Ist ja kaputt Kannst den armen Vogel nicht verübeln dass er auf die scheiß Ja der Baum fällt in slow motion Episch Ja ja Und eben standen die in der Luft Du musst mal jetzt in der Musikmontage unterlegen Oh Ich hab mich grad in der Luft festgebackt Welcher Vollidiot hat er eigentlich erzählt Eben als wir auf den Server gegangen sind Der Tester ist aber super Hat's ja verbessert Junge Mann, 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 Mann Wann paar mehr Ich erinnere mich Ja Ich glaub warst du nicht mit dabei Du leistest ihn ab, das Bild hab ich da vom Kopf Ich beurteile sowas nicht im Gegensatz zu euch Direkt Ich warte bis ein Baum fällt Das ist der User Nee, nee, nee Wer wartet bis die Bäume fallen Jetzt wird dunkel Und der Irrbaum weiß was die Frauen wollen Ach Fallende Bäume Genau Wer uns erfolgt Da, da kommt ein Stück Holz Vorsicht Da kommt ein Robi ist ja ein Popstar Da kommt sogar das Holz angeflogenes Ja Wie bist du da hoch gekommen? Karin gibt Gas Wir sind schnell Ey, die kleine Drecksau hat einen Doppelsprung Ja, wir haben keinen Doppelsprung Oh ne, jetzt bauen die sich da fest Jetzt gibt's ja gute Zeit aufholen Wie weit, wie weit seid ihr eigentlich schon? Ein bisschen weiter Ein bisschen sehr weit Ah jaja So, jetzt hab ich ein Baum in den Untergrund angebaut Einfach mal so ein Baum hingestellt Ach, da ist halt die Das seh ich so ein paar Ja Ja, sehr gut Hast du da gut geschafft, dann warst du sehr effizient Mhm Aber wir zauern die schon wieder ab Ja, warte mal, warte mal Jetzt kann ich euch mal was zeigen Guckt mal, zack Wow Glowink Wer ist die Leuchte? Wer ist die Leuchte? Oh, du leuchtest so schön Hast du Atommüll zu dir genommen? What? Höhlefeld hat rundherum Vorsicht Die Truppe schwimmt in Atommüll jeden Tag Ja, Stani Mann Da So Wer ist nochmal zeitlich in die Oberfläche irgendwie zurückkehre Irgendwie Lol Was ist das nicht eingehst? Mhm Weiß, du brauchst Sonnenstrahlen für deine Photosynthese So sieht's aus Photosynthese Ah, Photosynthese 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 Gipfütze Oh, da ist eine Truhe Ja Und Kupfer Und Gegner Die euch nicht stören Aber du kommst alle dreimal auf die Truhe rum Ey, alter Schwede Da ist noch eine Truhe Hier ist eine große Truhe Oh, warte Da kommt noch Alter Da war der schneller als ich Wer hat das Ding jetzt genommen? Du Ach, ich Die sind ja immer froh, wenn wir eine Holydates brühen und wieder rauspatchen Ähm, braucht das denn das hier? Diese Axt hier? Wenn die jemanden braucht, die kann er gerne haben Dann das für eine Axt Was ist denn für eine Axt? Eine Fäble Wettfährer Was kann die denn? Was kann die denn? Ähm, 10 DPS Achso, ne danke Speed 1,34 Und Damage per Swing 7 Also am Tisch kann ich euch schon weitaus besseres zusammenklappen Ah, der Furz aus dem Mund nicht Ach stimmt, siehst du, da sagst du was, das hätten wir auch mal vorher machen können Soviel dazu Ne, nachdem wie ihr Pixel gehabt macht Ne, da war ja was, ne Passt schon Ich baue ja gerade die Refinitioneranz Da unten ist GIF Ja Ja, hab ich gemerkt Den Axt Den Axt erwischt, das hörst du sofort Uh, uh, uh Was schwebt denn da unten? Wasser? Im Wasser vor allen Dingen In diesem GIFT Zeug? Ja, das ist hier Kannst du mal gucken gehen? Ich geh mal gucken Guck mal, hier waren wir doch schon Das sind garantiert alles im Wald irgendwelche Cola und Fanta Quellen total abgelaufen Kein Plan Auch wie herrlich, wie herrlich Oh, mein Stuhl, mein Stuhl, wie schön Nein Mein Stuhl Oh, es wird schon wieder kalt hier bei mir Ich finde das gut Achtung, Gegner Und so Ja, ich, äh, seh es Ich muss mich nur grad zurückziehen, weil, äh Nicht zu knapp Wann ich will die Fische jagen können Das heißt, du möchtest angeln Warum? Achso So nicht? Nein Fisch schmeckt mir nicht Was war das denn? Ist aber gesund Sowieso ne geile Sache, dass ich halt Fisch ist sowieso voll lecker Hallo Was fressen muss So in der Richtung Soll Und hier unter der Erde ist tatsächlich der Baum sogar gewachsen Hätte ich das nicht damit geschenkt Fisch ist lecker Komm, wir essen Hydropi Nein Hydropi Meat Hydropi Meat ist viel zu zäh Das schmeckt nicht Haha Ach was Wir sind angekocht Wir sind in die Pfanne geworfen Oh Oh Die Dinger sind evil Feiglich Ja, Mensch, heult noch nicht rum hier Alter, ne Alle durch dieses Gift latschen Ja, inklusive mich selber Boah Damn Du bist ja auch Du bist ja Mitzügler Du machst alles nach Ja, korrekt, korrekt Yeah, 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 yeah Wir müssen auch mal den Gegnern ein bisschen Chance geben Und ein bisschen ankratzen Oder was Herbert, warum? Bei uns gab's vorher Chili, ne Ach, das war immer zweimal Chili Ich hab die Rosette gerade Wie kommt man das so lecker, Mann Wie kommt man das so lecker, Mann Ah, ich hab die Erleuchtung Oh ja Wie sag's dir? Aggressiver spritzisch Fall incoming Mhm Wir haben's gleich Schafft den Kackplaneten zum Runden Ich bin begeistert Geil Nein, fuck Pass auf, er hat diesmal kurz zappen Gib's zu, du wolltest dich kurz antfeuchten hier Weil du brauchst das Wasser Ja Das ist richtig Noch'm Wasser, noch'm Oh, fuck Ah Oh Meteoriten Ach, Scheiße, zerberstet Ja, ich wollte doch nicht mal Ich hab'm Haus, ich hab'm Haus Wuhuhu Ich wurde doch nicht mal getroffen Wahrscheinlich hat's geleckt Und hat mich dann im Endeffekt Irgendwie doch noch zerberstet Aus welchem Grund auch immer So'n Scheiß Alter, der stirbt gleich Weil ich mir eine Fackel hinsetzen kann Ach, je Ja, komm her, komm her Komm her, komm zu mir kacken Hab's geschafft, hab's geschafft Aber da kann passieren, dass du von oben immer noch was abkriegst, ne Verstehen Sie mal? Oh, geil Ein Medikit Ein Medikit So, ich bin zu Hause Ich nicht Wuhu Oh, der Mund ist aus Ach, da ist ein Haus Ich bin da, wenn auch Katze, ja, ja So, und setzen wir mal ein Feuer direkt hier rin Und dann können wir schillen Genau Wär nice Ah, wunderbar Grandios So, die Bananen Jetzt würden nur noch so Marshmallows fehlen Warte mal, guck mal Ich hab sogar extra für uns alle vorgesorgt, ja Pass mal auf Zack 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 Boah Was hast du dann gemacht? Ich will unten Oh Oh Ich wollte den unten Zwinker, zwinker Immer grad dreier Alter Wie sieht's mit der Zeit aus, Kinders? Keine Ahnung, ich hab's draufguckt Es ist noch eine eineinhalb Minuten Zeit, bis wir eine Viertelstunde rum haben Wo seid ihr denn? Oh Wo seid ihr denn? In einem Haus Wonnen Wir kommen dir entgegen Ok, ok Denn alleine hab ich Irgendwie an die Oberfläche zurückzukehren, um zu sterben Ach, ich find das schön Braucht das noch? кон derersen? arde entdeckt also so kennen wir es wieder heute ne normalerweise käme den ja nur so dass er seinen döner komplett alleine ohne uns ist und heute teilt er what the fuck ich glaube ich nicht können wir heute mal richten richtig richtig großen döner heute noch und dauernd von dünner zu den wir verleihen ja heute gerade zähler kaufen ja das ist schleichwerbung was wir machen mit zwiebeln ohne zwiebeln warum nicht ohne ja ich bin nicht so der zwiebel fan muss ich sagen dafür lasst mir aber ordentlich käse reinklatschen so scharfskäse lecker das beste oja pixel die nehmen wir doch mit da seid ihr noch so weit rechts ich komme aber ziemlich schnell momentan ziemlich schnell ich versuche einfach nur einen weg nach oben zu finden das muss spirit wird war auch wo ich mich weit zurückziehen alte die machen aber damit ja der mund wohl die wieser ein problem für mich veröffentlicht und 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 oder das liegt was macht mir eigentlich gerade ich weiß es nicht behindert sein also macht mir zumindest hat rohmaterial sammeln gerade bis zum spüren blut man hat den jenny erzeugen mit der brühe umwand und angenommen nur sie kommt nur koppeln erzielt und abtunnen liegen lassen bin ich jetzt ehrlich verbände habe ich gefunden aber keine bei mir bei mir wird schon wieder kalt ein alter und müssen ja bei mir aber auch bei mir aber auch immer gegner schämst die schnisch hier kommen aber die stehens die verduchung ja es stinkt mich ja voll soll ich mal die zähne putzen gehen morgens pferder rennen. pferder rennen und danach gibt es lasagne. hi dude. ah du bist ja schon. ich habe dich ja gar nicht beachtet. hallo. hallo. mach ich nächstes mal mit der taschenlampe so. ja ja richtig hallo. wir können irgendwann die welt übernehmen und aus uns dann lasagne machen. karin du hast noch gar keine rüstung, kann das sein? ne ich friere ich friere ich friere ich friere. karin, dann baut ihr bitte jetzt mal mit meiner erlaubnis eine bronzerrüstung. alter hat irgendjemand ein lagerfeuer von euch? ja komm her, komm her zu mir. baut du gleich wieder ab, alter. immer aufzubauen. oooh. hör auf ins lagerfeuer abzusetzen. ey, was macht denn das? hör doch mal auf. ja ich habe es ausgemacht. warum? weil er fertig war. ist das dein egoist, ey. ist das dein egoist. oh man. ihr habt es ja alle nicht mehr alle. ne das stimmt, das stimmt. so ein kranker sauhaufen. ich habe es letztens schon mal gesagt irgendwann. crazy. guck mal, ich lege euch einen weg, damit er mich findet. guck mal, ich lege dir ein Ei, damit du mich schriest. oh mein gott. ach, jetzt wird es aber schlimm hier. das wird gerade richtig schlimm. ja, fangen wir einfach mal ein Ei reinzulegen. welches niveau eigentlich? ja, gut, ok. jetzt komm ich wieder mit diesem niveauwitzen, mensch. wir sind nicht applebohr. wie lange brauchen wir noch ungefähr, äh, dave? dave lol. alter. das war jetzt aber eine unterstellung hier, ey. mein lieber jolly. äh, zuza, feuerwerk. äh, feuerwerk. feuer. feuer, feuer, feuer. aber feuerwerk. feuerwerk wird jetzt auch nicht übel. oh, danke, danke. oh. okay, das. was wird wieder tacht, das ist ja super. gott sei Dank. oh, ich hätte jemand pixel liegen lassen. danke. bist du eigentlich nicht um 9 Uhr weg? ja, aber ich, ne, ich wollte um 9 Uhr schlafen gehen, aber. achso. ach, ne zerberstet. oh, oh, ich bin auch geschickt. oh, ich hab nicht auf meine Lebensanzeige geachtet. da seht ihr mal, welchen Noob ich bin. das ging ja aber vorher auch so. hobbymongos. ne, warte mal, hoppomongies. 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 alter, wie einfach keiner einen Pfeil trifft hier. Leute, ich wünsche euch noch ein gutes Leben. ach, ne. gute Besserung. Pfeil in die Luft schießen. umsonst. gutes Neues. gute Besserung. das war so geil. alter, das ist heftig. heftig. scheiße. ich glaube, das ist ein Standardlink jetzt bei uns. wenn ihr was lustiges sehen wollt, Leute. ludio92. alter, Leute. der hat sich sogar extra rasiert für euch. wo? ja, wahrscheinlicherweise war die Klinge wie abgebrauchen oder so. oder er hat es mit dem Kartoffelmesser getan, weil die Klinge gerade nichts zur Hand hatte. wie fliegt da so Glitzerzeug hinterher? freunde, kommt ihr jetzt nach Hause, dann können wir den Kart beenden. ja, ich versuche hier oben ja schon. ich versuche hier gerade immer noch den Weg zur Oberfläche. ich bin schon gut dabei. okay. ich bin auch schon fast da. scheiß drauf. überlänge for the win. schön. überlänge for the win. ja, überlänge habt ihr vollkommen recht. bei mir. überlänge for the win. ja. ich darf nicht einfach sterben, weil ich die Pixel brauche. was du nicht auf deinen Penis beziehst? alter, scheiße. ich hatte eben 1000 Pixel und habe jetzt nur noch 300. doch. muau, muau. kann ich jetzt in survival kunsthaft sein wie ich? und ich meinte wirklich mein Penis gerade. eben. witz, komm raus. du bist umzingelt. morgens halb 10 in polen. wo ist mein Knoppers? wo ist mein Knoppers? oh man, ey. oh man. oh man. der ist aber ganz, ganz, ganz weit unten, ne? ja. ja, ich bin selber Pole, ich darf das. oh, du bist da. so, kinders. machen wir Schluss? ja, machen wir Schluss. ist er hier? was tut? ja, ich bin hier. wo ist der? ey. wer hat mich jetzt aus dem Bett geworfen? ich bin schon bei der grünen Flüssigkeit. ich bin, glaub ich, richtig. alter, hast du grüne Flüssigkeit? das ist ja widerlich. also, Futumas Nadel, wenn ich mich bewege in die Breite, ach ja, stimmt. schwindet sehr minimal. okay. ne, ist voll weg, das abbrechen. jetzt ist Schluss hier, komm. ja, Freunde, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part. bis dann und tschüss. vielleicht mit Futuma. vielleicht. vielleicht. die Schiebe da raus, Freunde. ciao. tschüss. tschüss.